Was geht Homeboys und Homegirls? Als mein erstes Video wird das auch als eine Art Intro herhalten. Auf eine gewisse Weise behandelt das also, warum ich überhaupt Videos machen will und wie ich ticke. Grundsätzlich wird man nach einer Weile viel über mich aus meinen Videos, meiner Meinung dazu und meinen Themen grundsätzlich lernen können. Aber genauso sollte es ja auch sein. Man muss ein Stückchen von sich selbst anbieten, sonst ist es auch langweilig und man hat auch nichts zu sagen. Dann kann man auch einen Wikipedia-Artikel lesen gehen. An diesem Punkt auch der Hinweis, dass ich das ganze Lieben gern natürlich zu einer Art Berufung für mich machen würde. Und daher findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Patreon-Link, unter dem ihr mich unterstützen könnt, wenn euch der Käse, den ich hier erzähle, gefällt. Zusätzlich muss ich natürlich dann, wenn ich genau das machen will, grundsätzlich ein bisschen das YouTube-Spiel mitspielen. Ihr kennt das. Daumen, Kommentar, Abo. Wenn ihr Bock auf mehr solchen Content habt oder findet, dass ich hier ganz schön schmodder erzähle, schreibt einen Kommentar unten rein. Das hilft auf jeden Fall. Vielleicht soll ich das so nicht sagen in dem Fall, wenn ihr es findet, dass es schmodder ist. Aber who cares? Schreibt einen Kommentar, wenn euch das nicht gefällt. Algorithmus und so. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Nehmt einen Platz auf eurem Philosopher und gönnt euch mal Bitzes Meinung. Bis zum nächsten Mal. Gerade haben wir Ragnar Lothbrok gesehen, den legendären Wikinger aus der Serie Vikings. Quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, auf dem Weg zum nächsten erfolgreichen Streifzug. Wonach sehnt er sich aber anscheinend ein einfaches, glückliches Leben mit seiner Familie und seinen Freunden. Irgendwie hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren stärker dazu entwickelt, von seiner konstante Performance zu erwarten. Egal in welchem Bereich. Ob G8 in der Schule für das maximale Ergebnis, um den NC für das Wunschstudium zu erreichen. Und dann dazwischen natürlich ein halbes Jahr in Australien. Praktika, Praktika, Praktika. Karriere, Heiraten, 1,3 Kinder, Haus, Baum, Grabstein. Das kann ich ja sogar noch irgendwo so nachvollziehen. Aber das Ausmaß geht halt weit darüber hinaus. Allein der Punkt Studium ist für mich einen kurzen Exkurs wert, weil ich finde, dass das heutige Bachelor-Master-System so ekelhaft zielorientiert ist. Früher Diplom, Magister, das kam mir oder kommt mir viel freier vor. Man hatte Möglichkeiten, sich selbst weiterzuentwickeln, mehr Auswahl. Man konnte Meinungen mit anderen austauschen. Es gab viele Diskussionen. Ihr wisst schon, wie das ist. Wie eben das romantisierte Studium war. Wo die Dutschke 68er, der ganze Käse. Revolution, wuhu. Das Bachelor-Master-System dagegen, wie gesagt, ist so wie ein Pfeil, orientiert auf ein Ziel. Sollten also vielleicht hier noch Boomer dabei sein, die das alte System noch kennen, wie es früher war und darüber was sagen können, lasst einen Kommentar da. Wir können alles werden, was wir wollten. Aber was, wenn das nicht klappt? Dann erstellt man einen YouTube-Kanal mit einem dummen Namen und fängt an, über Sachen zu reden. Wenn das nicht klappt, kann es ja nur in einem Selbstgelegen haben. Das ist die Problematik, die mit diesen unendlichen Möglichkeiten mitschwingt. Wir richten unser Essen fein an, um es zu posten, legen Filter über jedes Bild, gehen jeden Tag trainieren. Nur das Optimum ist akzeptabel. Was mich am meisten dabei anpisst, ist der Tod der Kunst. Oder in diesem Kontext Produkte kreativen Schaffens. Ein heutzutage produziertes YouTube-Video ist ein Vehikel, ein Werkzeug. Es geht um bessere Social Blade Rankings, mehr Abos, mehr Views, mehr Kommentare, aber nicht mehr Video. MyLab hat das am Tag, an dem ich das schreibe, zufällig in ihrem Video angeschnitten, dass es doch wesentlich geiler ist, kein Video zu machen, anstatt eines, was Käse ist. Link in der Beschreibung, hier ist auch ein Thumbnail. Es wird auf den Algorithmus hin optimiert. Das Ergebnis soll gar keinen künstlerischen Wert haben. Es dient dem Vorankommen der Welt. Wie viele 10-minütige One-Take-Videos, die Halbgabe irgendwas daherreden, was mich nur irgendwie interessiert, habe ich schon im Hintergrund laufen lassen, weil es mich halt irgendwie interessiert. Als Background-Noise. Dieser seelenlose Prozess zieht sich mehr und mehr durch alles. Musik entwickelt sich weg vom Album, Songs werden kürzer, Spotify-Streams sind das Ziel Nr. 1. Schriebenes oder klassischere Kunst wie Malerei muss verkauft werden, wenn man es nicht sowieso schon geschafft hat. Die Alternative? Hungern, Mahnungen, Fink-Liemann sein. Dein Tag hat irgendwie mehr Stunden. Anyway, der unsichtbare Mehrwert von Kunst, gemeinnützigem und politischem Engagement verschwindet ganz heimlich. Er war ja unsichtbar. Dieser Trend lässt sich meiner Meinung nach mit einer Maßnahme umkehren. Ein gut implementiertes, bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich mir keine Sorgen darüber machen muss, wie ich für meinen Grundlebensunterhalt aufkomme, sondern stattdessen etwas schaffen kann, nur weil ich Bock drauf habe. Einfach damit meine Vorstellung Realität wird. Ich werde die größte Hürde bereits genommen. Hobbys können wieder Hobbys werden. Nein, Reisen, gutes Essen und Wein, Fitnessstudio sind keine richtigen Hobbys. Change my mind. Wir könnten Dinge tun, einfach weil wir das wollen und nicht weil am Ende der Tätigkeit ein Gewinn in irgendeiner Form dabei rausspringt. Ich habe keinen Bock mehr performen zu müssen, um nicht in der Gesellschaft abgehängt zu werden. Ich will die Freiheit haben, mich mit absolutem Käse befassen zu können. Solange es ein paar Leute einfach cool finden. Jeder, der voll Bock auf so ein High-Performance-Leben hat, geil, freut mich voll für dich. Dir stehen alle Türen offen, schnapp sie dir, Tiger. Alle Querdenker, Eigenbrödler, Freigeister, Künstler. Eigentlich ersticken daran. Wie an Corona. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Zum Abschluss des Videos nochmal der kurze Hinweis, dass der Daumen, der Abo-Knopf und die Kommentarspalte auf euch warten. Und falls jemand mit Grafik- oder Editing-Skills zuschaut und bockert in die Richtung mit mir was zu machen, bitte meldet euch bei mir. Jetzt sind die Überschritte. Vielen Dank.